Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Naipo 3D Massagesessel im Raumkapseldesign. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Massagestuhl für den ganzen Körper für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Massagesessel werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, nach einem harten, schweren Tag nach Hause kommen und dann eine wohltuende Massage genießen, das ist für viele Menschen eine angenehme Vorstellung. Die Seele baumeln zu lassen nach einem auslaugenden Arbeitstag, das kann durchaus eine gute Methode der Entspannung sein. Von diesem Massagesessel wird dir natürlich besonders viel geboten. Das kann man durchaus als einen Massagestuhl im Luxussegment bezeichnen. Ob man den braucht oder nicht, das muss jeder Freund der Massage selbst beurteilen. Manche Leute werden sagen, genau der richtige Massagesessel für mich. Andere sagen sich vielleicht, brauche ich vielleicht nicht unbedingt, passt mir vielleicht nicht ganz so. Das ist immer eine individuelle Entscheidung. Also überleg einfach, ob es für dich ein gutes Angebot sein könnte oder nicht. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zum Naipo 3D Massagesessel auch noch genauer anschauen. Ein Hightech-Meisterwerk der heutigen Zeit. Ausgestattet mit zwei Massagemechanismen für den Rücken und einem mobilen Beinelement, das bis zu den Knien reicht und eine innovative Klopfmassage für die Waden gewährt. Die extra lange 1210 mm lange Massageschiene des MGC8900 bietet eine umfassende Massageabdeckung für den ganzen Körper. Zudem ermöglicht das Modell eine Graphen-Wärmetherapie für den Rücken und das Knie. Wie du sehen kannst, hier wird ja wirklich sehr, sehr viel geboten für einen Massagesessel. Das kann durchaus sehr interessant sein für Massagefreunde, für Leute, die Massagen lieben, die einfach entspannen möchten. Es muss halt einfach jeder selbst überlegen, ist das der richtige Massagesessel für mich oder nicht. In Relation zum Preis finde ich, dass dir hier wirklich etwas geboten wird, ein sehr hochwertiger Massagesessel. Ist halt die Frage, will man dafür das Geld ausgeben oder nicht. Und das sollte natürlich jeder selbst beantworten. So, was haben wir hier noch? 12 Autoprogramme und grenzenlose Individualisierbarkeit 8 Zoll Touchscreen-Steuerung und Schnellsteuerungskonsole in der Armlehne Wähle aus einer Vielzahl an Massagetechniken und Programmen für eine personalisierte Massageerfahrung oder genieße eine der professionell gestalteten installierten Autoprogramme. Das patentierte Programm Thai-Strecken ist eine Kombination von Bewegungen, Dehnungen und Akkupressur, die effektiv die Flexibilität erhöhen und Muskelverspannungen lösen. Wie bereits gesagt, wer Entspannung und wer Massage mag, der kann hier durchaus auf seine Kosten kommen. Mit 5 cm Wandabstand spart das Modell Raum dank seiner innovativen Gleit- und Liegeautomation. Die schwerelose Wiegeposition ist von der Schwerelosigkeitskonzeption der NASA inspiriert und löst Belastungen auf deiner Wirbelsäule. Um deinen Körper nach einem anstrengenden Arbeitstag zu regenerieren, kann so ein Massagesessel durchaus sehr nützlich sein. Die Liegeposition erlaubt zudem eine höhere Massageabdeckung von Kopf bis Nacken, zum Gesäß und Zähnen. Ultimative luxuriöse Massageerfahrung Unterstützt Aufladen mit und ohne Netzkabel Die Innenkabine besteht aus CX-CXP-Serien, hochwertigem PU-Leder, zusammen mit dreilagigen, luxuriösen Kopf- und Rückenlehnen-Polster. 3D-Surround-Sound mit Bluetooth-Lautsprecher produzieren ein umwerfendes Klangbild, das eine einzigartige Erfahrung von melodischen Tönen und ein vollständiges Abtauchen in deiner Lieblingsmusik ermöglicht. Ja, insgesamt betrachtet in der Tat ein sehr luxuriöser Massagesessel kann durchaus nützlich sein, wenn man sagt, hey, ich stehe auf Entspannung, ich stehe auf ein hochwertiges und funktionales Programm an Massagen und noch auf einige Features, kann durchaus eine gute Methode sein, um nach einem auslaugenden, anstrengenden Arbeitstag einfach wieder runter zu kommen und die Seele baumeln zu lassen. Ob es für dich der richtige Massagesessel ist oder nicht, das musst du natürlich selbst entscheiden. Ja, es gibt einige Massagestühle auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu dir passt. Hier wird dir ein sehr luxuriöses Angebot mit überzeugender Funktionalität und Ausstattung geboten. Ob es für dich zutreffend ist, ob es für dich der richtige Massagesessel ist, das musst du wahrlich alleine entscheiden. Mach dir noch dein eigenes Bild zum Naipo 3D Massagesessel im Raumkapseldesign. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass dir mein Video weitergeholfen hat. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und ciao!